Servus ihr Papkehrenzüchter, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr dabei seid. Der Shop hat geupdatet und es gibt eigentlich nichts Neues. Gut, fangen wir mal links an. Hier haben wir die Walküre. Den Skin habe ich mir nie geholt. Ich fand den okay, aber jetzt auch nicht so okay, dass ich mir holen brauche. Ich bin nicht so ein Fan von diesen Wikinger-Skins, deswegen habe ich ihn nicht geholt. Wobei ihre Augen gehen schon total ab und auch ansonsten so vom Style her ist sie nicht schlecht, aber ist auch nicht wirklich meins. Die Flügel sind in Ordnung, aber die hauen ich jetzt auch nicht mega vom Hocker. Gut, was sind wir als nächstes? Frostschwingen. Ja, das ist ein Mega-Gleiter, das kann man ja nicht irgendwie schlecht reden. Das ist ein Riesenteil, richtig gut animiert und ein Spalter auch noch statt Feuer, ja Eis würde ich mal sagen. Richtig geil, aber ist mir viel zu groß. Deswegen hole ich ihn mir nicht, aber wirklich abgefahren. Okay, das war's. Was haben wir hier? Cloked Shadow. Den habe ich mir geholt. Den fand ich abgefahren. Den finde ich nach vorab gefahren. Bisschen schmächtig, aber ansonsten total abgefahren. Ja, gefällt mir nach wie vor. Die Flügel, die benutze ich auf anderen Skins ebenso. Gefallen mir. Macht Spaß. Ist ein cooler Skin. Jo. Heißer Schlitten. Total abgefahren. Gefällt mir auch. Sehr gut animiert. Im Vergleich zum Drachen ist er jetzt ein bisschen ärmlich, würde ich mal sagen, aber trotzdem nichtsdestotrotz. Ist ja geil. Ja, gut. Jetzt hätten wir hier und die Pömpelhacke. Die gefällt mir auch. Nicht mega, mega krass, aber die gefällt mir. Ja. Ist eine coole Geschichte. Witzige Geschichte auf jeden Fall. Stocksauer. Habe ich mir geholt damals. Hat mir gefallen. Gefällt mir nach wie vor. Aber es ist irgendwo in meinem Rad ganz weit hinten, dass ich es nie benutze. Für ein Lebenskünstlerin. Ist okay. Gefällt mir. Ist jetzt nicht mega krass. Wahrscheinlich im Spiel besser als hier im Shop. Aber ja, ist in Ordnung. Schrullig. Ich nehme an, das ist schrullig. Einer meiner Favorites. Gefällt mir nach wie vor. Und dann ist nur noch die Tumspezialistin. Ja, ist in Ordnung. Haut mich nicht vom Hockey. Ist wieder diese 0815 Style. Aber ja, um Gesichter gefällt es mir gar nicht. Aber gut, dass ich den eh nicht so von hinten spielt. Ja, ist in Ordnung. Kann man sich handeln. Achtung. Und wie wächst es echt nicht die Welt? Ja, Freunde, das war es mit dem Shop. Ich kann leider von nichts Neuem berichten. Ich hoffe, morgen kommt etwas richtig Geiles. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass wir morgen etwas richtig Geiles in den Shop bekommen. Gut, dann entlasse ich euch in den Tag. Habt einen schönen, geilen Mittwoch. Wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.